Heute kam die Nachricht, dass der Telegram-Kanal von Attila Hildmann gesperrt sei. Jedenfalls dann, wenn er angezeigt werden soll, über die Apps, die über den Play Store oder App Store von Apple heruntergeladen werden. Gute Nachricht für die Bekämpfung von Hetze. Auf der anderen Seite kommen gleich die Bedenken, ist das denn eine gute Nachricht, wenn Google jetzt die Inhalte bestimmt? Sollte nicht lieber ein Gericht die Entscheidung treffen, ob Attila Hildmanns Kanal sichtbar sein darf oder nicht? Und wir haben häufig die Fragestellung, wer ist eigentlich die richtige Stelle und was ist die richtige Maßnahme, um Hasskriminalität zu bekämpfen? Für einen Augenblick möchte ich mal voraussetzen, dass wir uns einig sind, dass Hasskriminalität schädlich ist und tatsächlich auch bekämpft werden soll. Und mit Hasskriminalität meinen wir nicht Kritik an Querdenkern oder von Querdenkern oder Kritik auch von Attila Hildmann, sondern mit Hasskriminalität meinen wir den Aufruf zu Gewalt, zu Hetze aufgrund von bestimmten Eigenschaften, wie beispielsweise der Regionszugehörigkeit, das ist das, was Attila Hildmann sehr viel macht, oder der Aufruf zu Straftaten oder die Androhung von Straftaten, Bedrohungen, Nötigungen. Das ist Hasskriminalität. Was auch zur Hasskriminalität gehören könnte, ist die absichtliche Verbreitung von falschen Nachrichten, falschen Tatsachenbehauptungen. Das ist strafbar, wenn es sich auf eine Person bezieht, noch nicht, wenn es sich auf andere Dinge bezieht, beispielsweise Impfstoffe oder dergleichen, aber das ist ein anderes Thema. In der Diskussion über das Netzwerkdurchsetzungsgesetz war eine Position häufig, ach, lasst uns nicht Facebook und Google und Twitter darüber entscheiden, was zur Meinungsfreiheit gehört, lasst uns das lieber die Richter entscheiden. Und das klingt absolut plausibel, dass man vor Gericht und nur durch einen unabhängigen Richter die Entscheidung treffen kann, was gehört zur Meinungsfreiheit und was nicht, denn die Entscheidung ist ja wirklich schwierig. Die Konsequenz daraus ist allerdings folgende. Ein Großteil, der allergrößte Teil der Hasskriminalität wird niemals vor Gericht verhandelt werden, weil allein schon der Täter nicht ermittelt werden kann. Und diese Hasskriminalität würde dann stehen bleiben. Das gilt zum Beispiel für Attila Hildmann, denn im Augenblick ist es juristisch unmöglich, Attila Hildmann zur Verantwortung zu ziehen oder eine Löschung seiner Inhalte auf Telegram zu bewirken. Warum ist das so? Nun, einerseits, weil das NetzDG Telegram nicht umfasst, das könnte man natürlich ändern, aber zum anderen natürlich auch, weil sich Attila Hildmann in der Türkei aufhält und nicht nach Berlin zurückkommen will. Vielleicht wurde er vorher gewarnt, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Es gibt einfach sehr, sehr viele Täter, die sich sehr einfach der Justiz entziehen können. Und selbst wenn ein Attila Hildmann oder ein anderer Täter vor Gericht gezogen werden würde, würde es nicht einmal zur Löschung der Inhalte führen. Denn die Strafprozessordnung sieht gar nicht vor, dass ein Inhalt gelöscht werden kann. Das einzige Gesetz, was eine Löschungspflicht enthält, ist das Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Es ist also dann doch wieder das Netzwerk, das diese Entscheidungen treffen muss, diese Entscheidung durchsetzen muss. Aber die Frage ist ja eigentlich, wer soll diese Entscheidung treffen? Wenn wir allerdings sagen, dass die Entscheidung nicht von den Netzwerken zunächst einmal getroffen werden soll, sondern wenn wir abwarten, dann bedeutet das, dass die Netzwerke gar nichts löschen oder das löschen, was sie selbst löschen wollen. Und jetzt haben wir einige Jahre schon auf die Praxis geblickt. Wir haben die Transparenzberichte der Netzwerkbetreiber, der Plattformbetreiber Facebook, YouTube und Twitter. Und wir haben Folgendes dabei festgestellt. Gelöscht wird nach dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz fast nichts. Es ist nicht mal ein Promille, was danach gelöscht wird. Und es wird sehr viel gelöscht, was gar nicht gegen das deutsche Recht verstößt. Dieses Overblocking, vor dem wir uns so erfürchten, kommt nicht durch das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, sondern trotz des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes. Es war schon immer da, weil nämlich Google, Twitter, Facebook selbst entscheiden, was sie entfernen wollen und was nicht. Das heißt, all diejenigen, die sagen, das dürfen wir denen nicht überlassen und deswegen dürfen wir nicht regulieren, bewirken genau das. Wenn wir nicht den Plattformen sagen, was sie entfernen und was sie stehen lassen sollen, dann werden sie nach ihren eigenen Regeln entfernen oder nicht entfernen. Und das machen sie in einem extrem großen Umfang. Das sieht man in den Transparenzberichten. Deshalb glaube ich, es ist wichtig, dass wir die Regeln vorgeben. Und zwar die Regeln, die basieren auf den Werten, Normen und Abwägungen unseres Grundgesetzes. Zum Beispiel die Regeln, die besagen, dass die Meinungsfreiheit gewahrt werden soll. Und das ist das, was so schade ist an der Stelle. Wir reden ständig vom Löschen, aber eigentlich sollte das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, und das tut es auch in der neueren Fassung, dafür sorgen, dass die Meinungsfreiheit geschützt wird. Dass nämlich derjenige, dessen Inhalt gelöscht wird, die Möglichkeit hat, gegen eine solche Löschungsentscheidung vorzugehen. Und zwar mit einfachen Mitteln. Und jetzt kommen wir wieder zur Justiz. Was bedeutet es denn eigentlich, über Gerichte gegen Falschnachrichten, gegen Verleumdungen, Hass, Bedrohungen vorzugehen? Wir haben das ein paar Mal gemacht. Wir haben schon im Jahr 2016 Facebook zivil und Strafrecht versucht, zur Verantwortung zu ziehen. Und das beginnt damit, dass man zunächst einmal Facebook-Kenntnis verschaffen muss. Wir haben E-Mails hingeschrieben. Das ist ganz naiv. Dann sagt man, hey, in Ihrer E-Mail wäre kein Anhang dabei. Wir sind nicht zuständig. Oder Sie ignorieren es einfach, nachdem Sie dann den Anhang bekommen haben. Wir haben daraufhin die rechtswidrigen Inhalte, von denen wir Kenntnis verschaffen wollten, ausgedruckt und per Post verschickt. Dicker Umschlag nach Hamburg. Und zwar nicht einfach in die Konzernzentrale, sondern an die Manager nach Hause. Auf manchen Portalen findet man ja auch die Heimadresse von einem EMEA-Chef oder einem Deutschlandchef. Und so haben wir dann zum Beispiel Herrn Martin Ott ein paar Ausdrucke von rechtswidrigen Inhalten nach Hause geschickt. In der Annahme, dass deswegen ja eine strafrechtliche persönliche Haftung eintritt. Die Staatsanwaltschaft hat auch tatsächlich zunächst einmal Ermittlungen aufgenommen. Das hat aber Facebook noch nicht interessiert. Was interessierte Facebook denn? Dass sich ein paar Manager möglicherweise strafbar machen. Oder dass die Staatsanwaltschaft München 1 dann Ermittlungen wegen Behilfe zur Volksverhetzung gegen Mark Zuckerberg und Sheryl Sandberg und andere Manager entlang der Hierarchielinie eröffnet haben. Wir haben dann mit einem zivilrechtlichen Verfahren für einen Betroffenen von Hate Speech, von Verleumdung versucht zivilrechtlich vorzugehen. Und das scheitert auch wiederum schon an der Zustellung. Denn Facebook hat an der Stelle ein neues Institut erfunden. Nämlich die einseitige Vollmacht, die Vollmacht des Anwalts, mit dem der Anwalt versprechen darf, aber nichts empfangen kann. Das kannte ich vorher noch nicht. Also die Anwälte von White & Case schrieben uns damals, wir sind zwar, also White & Case, berechtigt für Facebook zu sprechen, aber sie dürfen uns nicht antworten. Weil Facebook ist gar nicht verpflichtet, damals jedenfalls, einen Zustellungsbevollmächtigten zu benennen. Das heißt, White & Case schreibt uns, aber wenn wir antworten wollen, müssen wir an den toten Briefkasten nach Irland schreiben. Denn Post, die dorthin geschickt wurde, wurde zuverlässig ignoriert. Übrigens nicht nur die Post von einem Würzburger Anwalt, sondern auch von Gerichten. Als wir dann 2016, 2017, das war kurz vor Silvester, eine einstweilige Verfügung beantragten beim Landgericht Würzburg. Da hat das Gericht ganz normal die Verfügung, den Antrag zugestellt und die Ladung für die Verhandlungen, die im Februar stattfand. Und im Februar waren wir dann da und dann sagte der Vorsitzende Richter Seipel, naja, also schön, dass Sie da sind an die Facebook-Anwälte. Die haben die Ladung dann über die Presse erfahren, aber angekommen ist die Ladung in Irland bis heute nicht. Facebook arbeitete damals wie heute mit allen möglichen Tricks, um eine gerichtliche Verfolgung zu vermeiden. Und das ist ja legitim, dass man sich wehrt natürlich. Aber es gibt so eine Art Anstand unter Juristen, dass man bestimmte Zustellungen entgegen nimmt oder dass man nicht behauptet, ich spreche die Sprache nicht, bis du mir das Gegenteil beweisen kannst. Aber Facebook zieht jedes Register. Beispielsweise sagt Facebook regelmäßig bei Zustellungen, wir verstehen kein Deutsch und deswegen müssen die Klageschriften ins Englische übersetzt werden. Unabhängig davon, dass natürlich der Prozess auf Deutsch vor deutschen Gerichten geführt wird und dass die Grundlagen, die Gemeinschaftsstandards auf Deutsch vorliegen. Aber Facebook verlangt, dass also diese Anlagen, zum Beispiel die deutschen Geschäftsbedingungen, ins Englische übersetzt werden, damit sie zugestellt werden können. Was ist das? Eine reine Schikane, eine Farce natürlich. Natürlich. Aber mit einem solchen Manöver kann man erst mal vier, sechs Wochen verbrauchen, Zeit gewinnen. Denn je länger ein solcher Prozess wird, umso unsinniger wird es. Wir haben zum Beispiel in den Folgejahren mal einen Prozess geführt für einen User, der gesperrt wurde. Also mal auf der anderen Seite gegen eine Löschung vorzugehen. Und wir hatten diese gleichen klamaukischen Manöver von Facebook, dass sie sagten, wir verstehen kein Deutsch. Der Prozess hat anderthalb Jahre gedauert. Wir haben ihn gewonnen. Natürlich haben wir gewonnen, denn die Löschung war natürlich rechtswidrig. Die durften das nicht löschen, die durften auch nicht sperren. Die 30-Tage-Sperre war natürlich schon längst abgelaufen, als wir die Feststellung vor Gericht hatten, dass diese Maßnahme rechtswidrig war. Was ist die Überlegung dahinter? Nun, solche Prozesse führt man nur, wenn es einem ums Prinzip geht. Wenn man sich wirklich gegen eine Sperrung wehren will, wird man nicht anderthalb Jahre prozessieren und einen Aktenordner füllen. Denn das nächste, was passiert, ist eine Materialschlacht. Facebook hat viele Anwälte. Das ist kein Geheimnis und das ist auch legitim. Facebook lässt lange Schriftsätze vortragen. Und ein normaler User bräuchte einen sehr, sehr engagierten Anwalt, um da mitzuhalten. Er müsste entweder, genauso wie Facebook, für seine Anwälte 20.000, 30.000 Euro Gage aufbringen, um den angemessen zu bezahlen. Oder jemanden finden, der sowas pro bono aus Prinzip macht. Und das machen wir, aber wir machen es nicht regelmäßig, sondern im Grunde genommen nur zu zeigen, wie so ein Prozess ausgehen kann. Und das haben wir gemacht bei der Userin, beim Amtsgericht Tübingen. Darüber wurde auch schon berichtet. Wir haben jetzt eine neue Klage eingereicht für die Bundestagsabgeordnete Renate Künast beim Landgericht Frankfurt. Das ist ja schon einige Zeit her und eine Klage beginnt ja zunächst einmal mit der Zustellung der Klageschrift. Und diese Klageschrift muss zugestellt werden nach Irland. Zwar sieht das Netzwerkdurchsetzungsgesetz vor, dass es einen Zustellungsbevollmächtigten gibt. Der allerdings ist nur zuständig für behördliche Bußgeldverfahren, gerichtliche Verfahren, die auf Löschung gerichtet sind. Und die von Facebook berufenden Anwälte in Berlin sind der Auffassung, dass sie nur dafür zuständig sind, dass alles andere, was man ihnen zuschickt, zuverlässig vernichtet und nicht weitergeleitet wird. Haben wir oft genug versucht. Da kommen dann immer die gleichen albernen Antworten zurück. Bei Twitter ist es noch schlimmer. Da ist eine Gesellschaft beauftragt, die wird von Anwälten vertreten, eine Anwaltsgesellschaft. Da haben wir dann über das besondere elektronische Anwaltspostfach den Kollegen ein Schreiben zugestellt. Und die haben darauf geantwortet. Und zwar mit einer Drohung. Sie haben gedroht, wenn ich nochmal dieses Postfach nutzen würde, um den Partnern der Kanzlei etwas zuzustellen. Dann würden sie juristisch dagegen vorgehen. So funktioniert also Zustellung. Man wird bedroht, wenn man an den Zustellungsbevollmächtigten zustellt, weil die der Meinung sind, dass sie nur für spezielle behördliche Verfahren zuständig sind. Und das bedeutet wiederum, für einen normalen Menschen ist es quasi unmöglich, gegen Twitter, Facebook, Google vorzugehen. Ja, sie werden sagen, es ist immer wieder auch mal geglückt. Es gibt immer wieder Verfahren, wo sie sich freiwillig dem Verfahren stellen, wo sie bei Gericht erscheinen, weil die ganze Weltpresse da sitzt. Oder wo sie dann doch irgendwie Kenntnis bekommen von dem Schreiben. Ich meine, der Briefkasten in Irland ist vielleicht nicht komplett tot. Aber man tut natürlich so und lässt nicht nachweisen, dass die Zustellungen tatsächlich ankommen. Was macht Facebook ansonsten? Nun, bei dem Fall, wo es zum Beispiel um die Feststellung geht, eigentlich eine total unwichtige Fragestellung, da ist keine Zahlung mit verbunden, nicht eine Wiederherstellung des Kontos, sondern einfach nur die Feststellung, dass es rechtswidrig war. Da hat das Gericht versucht, einen Vergleich herbeizuführen. Und die Anwälte von Facebook sagten, ja, vielleicht könnten wir über so einen Vergleich nachdenken. Geben Sie uns eine Frist, wir klären das mal ab. Und es war jedes Mal so, dass wir zwar uns vertagt haben, aber dann doch kein Vergleich zustande gekommen ist. Und wir dann wieder von vorne anfangen mussten, weiterfahren mussten, Fristverlängerungen wurden beantragt. Und so kommt man eben auch beim Amtsgericht auf anderthalb Jahre Prozessdauer. Ist das rechtswidrig? Nein, das darf man machen. Die Prozessordnung sieht das vor. Wir wollen ein ordentliches Verfahren. Und wenn Facebook sagt, die brauchen einfach ein bisschen länger, dann dauert es einfach so lange. Aber muss das so sein? Nein, muss es nicht. Wenn es um gewerbliche Schutzrechte geht, wenn es um Urwerberrechtsverletzungen geht, da sieht das Gericht alle möglichen Institute vor. Da gibt es einstweilige Verfügungen für Auskunft, einstweilige Verfügungen, bei denen die Dringlichkeit vermutet wird im Wettbewerbsrecht. Dort haben wir einen komfortablen Schutz für die Rechteinhaber. Aber bei Persönlichkeitsrechten gibt es das alles nicht. Und man muss sich heute fragen, sind denn wirklich Persönlichkeitsrechte oder die Sicherheit im Netz oder der Schutz vor Bedrohung so viel weniger wert als ein paar heruntergeladene MP3-Files in einer Tauschbörse? Ich hoffe, es ist nur ein Anachronismus, dass wir einfach nur noch nicht realisiert haben, dass hier ein Rechtsgut besteht, was besseren Schutz verdient und dass es nicht ernsthaft die Entscheidung des europäischen und nationalen Gesetzgebers ist, dass nur Urheberrechte und Wettbewerbsverstöße einen Schutz oder eine wirksame Verfolgung verdienen. Immer wenn es darum geht, dass wir wirksame, effektivere Maßnahmen gegen Hasskriminalität brauchen, kommen die Einwände auf, oh, das ist aber alles sehr nah an der Meinungsfreiheit und wir brauchen die Anonymität im Netz und wir brauchen die Neutralität und ich habe Bedenken, ich weiß zwar nicht genau, aber wir sollten nicht das Kind mit dem Bade ausschütten. Das sind die Einwände, berechtigte Einwände vom Ansatz her, die immer wieder kommen. Aber ich glaube, im Jahr 2021 sollten wir die Einwände konkretisieren und wir sollten an den Einwänden arbeiten. Wenn es darum geht, die Meinungsfreiheit zu schützen, dann brauchen wir Institute, um die Meinungsfreiheit zu schützen. Dann sollten wir den Usern die Rechtsmittel an die Hand geben, dass sie sich gegen fehlerhafte Content-Entscheidungen wehren können, und zwar effektiv wehren können, und zwar mit Mitteln, die auch vor ordentlichen Gerichten überprüft werden können. Wir können aber nicht deswegen sagen, wir lassen die ganze Hasskriminalität stehen, nur weil wir noch nicht auf die Idee gekommen sind, wie wir gleichzeitig die Meinungsfreiheit schützen. Wir müssen beides tun. Wir müssen Hasskriminalität bekämpfen und gleichzeitig die Meinungsfreiheit schützen. Das tun wir nicht dadurch, indem wir sagen, Google, übernimm du das, entscheide du, wie du die Meinungsfreiheit am besten schützt. Wir unterwerfen uns einfach deinen Gemeinschaftsstandards. Denn das ist ja genau das, was wir verhindern müssen. Es darf doch nicht sein, dass wir Herrn Zuckerberg entscheiden lassen darüber, was ist Hetze und was nicht. Was fällt unter die Meinungsfreiheit und was nicht. Wir haben diese Fragen entschieden. Wir haben dafür Grundrechte und die sind ziemlich differenziert. Und sie funktionieren auch im Internet. Und die Meinungsfreiheit geht am Schluss erstaunlich weit. Man wird sich wundern, wenn das überprüft wird, wie viele schmerzhafte, hässliche, dumme Kommentare trotzdem von der Meinungsfreiheit umfasst sind. Aber es gibt so vieles, was davon nicht umfasst ist und was bekämpft werden sollte, was entfernt werden sollte. Und so ist es dann auch richtig, dass man den Druck auch ausübt auf die Plattformbetreiber. Denn das ist der Multiplikator. Das ist die einzige Stelle, an der wir vorgehen können. Ja, ich weiß, es wäre schön, wir könnten alle Täter finden. Ja, die Liberalen sagen, wir sollten lieber die Justiz besser ausstatten, damit die jeden Täter finden. Und dann die Polizei auch. Aber, come on, lass uns mal ernsthaft betrachten, was kann man denn tun gegen Hasskriminalität, wenn der User sich hinter einem Pseudonym verbirgt, dessen IP-Adresse gar nicht oder spätestens nach fünf Tagen gelöscht wird und man die IP-Adresse sowieso frühestens nach drei Wochen oder zwei Monaten von Facebook herausbekommt. Man hat keine Chance, gegen die vorzugehen. Es gibt zwar immer wieder Zufallstreffer, wo man doch jemanden findet, wie zum Beispiel den NSU 2.0-Verdächtigen, den man nur deswegen mit einem immensen Aufwand hat ermitteln können, weil der Hauptverdächtige, die Jurist, die hessische Polizei war. Denn, und darüber habe ich schon ein Video gemacht, als der gleiche Täter, der Alexander M. Punkt, nur mich bedroht hatte und meine Familie, da reichten Indizien nicht aus, um sofort reinzumarschieren. Erst später hatte man anhand seines Schreibstils, seiner verwendeten Avatare und so weiter realisiert, wer das ist und auf welchen anderen Portalen er unterwegs war. Aber stand drüber, was wir feststellen ist, dass die Justiz das Problem nicht alleine lösen kann. Es ist richtig, dass wir Gesetze nachschärfen. Es ist richtig, dass wir den 241 StGB-Bedrohung ein wenig anpassen und den Strafrahmen von ein auf zwei Jahre erhöhen. Denn es war ein Unding, dass Schwarzwaren genauso bestraft wird wie Morddrohungen. Jetzt wird es wenigstens mit zwei Jahren maximal bestraft. Aber das löst nicht das eigentliche Problem. Es löst nicht das Problem, dass wir die meisten Täter sowieso nicht fassen werden und dass die rechtswidrigen Inhalte durch anonyme Accounts weiterhin stehen bleiben. Deswegen brauchen wir Regeln, die wir an die Plattformbetreiber weitergeben können, damit die die erste Entscheidung treffen, was stehen bleibt und was gelöscht wird. Die Entscheidung muss danach aber überprüfbar sein, meinetwegen auch durch ordentliche Gerichte. Wir brauchen Verfahren, die schnell und effektiv sind. Wir brauchen Verfahren, dass bei einer Meldung an einen Plattformbetreiber dieser vorläufige Maßnahmen ergreifen kann, wie beispielsweise einen Inhalt vorläufig sperren kann. Komischerweise funktioniert das wunderbar bei Bewertungsplattformen für Ärzten. Wenn ich eine Arztbewertung substantiiert angreife im Namen des Arztes, der davon betroffen ist, dann wird diese Bewertung kurz geprüft und zunächst einmal offline genommen. Dann findet eine Prüfung statt, wo dann auch der User kontaktiert wird und dann eine Entscheidung getroffen wird. Das funktioniert. Warum soll das, was für Yameda geht, nicht auch für Facebook und Google funktionieren? Weil es zu teuer ist? Weil es zu viel Geld kosten würde, Content zu moderieren und zu überwachen? Das kann nicht wirklich das Argument sein, es sei denn, ihr seid die Lobbyisten von Bitkom oder von den Plattformbetreibern selbst. Hier wird so viel Geld verdient. Die Content-Moderation können wir uns dann auch noch leisten. Und wenn wir es uns nie nicht leisten können, dann ist das halt ein Geschäftsmodell, was man nicht betreiben darf. Warum sollte das denn bei anderen, allein deutschen Portalen, wie zum Beispiel Yameda, funktionieren? Insofern, ja, Justiz ist gut und wichtig, löst unser Problem alleine nicht. Was wir brauchen, sind Regeln, Regulierung gegen Plattformbetreiber, für Plattformbetreiber. Max Hackerberg sagte selbst, reguliert mich endlich, gebt mir endlich die Regeln, sagt mir, wie ich mich entscheiden muss. Das ist eigentlich ein Unding, dass die Plattformbetreiber gar nicht wissen und sich vielleicht sogar ernsthaft und redlich bemühen, welche Regeln sie schaffen. Sie bauen dann so etwas, was sie Supreme Court versehentlich nennen, um möglichst einen gesellschaftlichen Konsens zu treffen. Aber das kann doch nicht sein, dass wir es den Plattformbetreibern überlassen. In diesem Sinne, einen schönen Abend. Und das kann doch nicht sein,